hallo sehr herzlich willkommen zum neuesten video hier auf dem kanal es geht weiter in meiner reihe rund um essen die spiele messe und ich habe euch zehn weitere spiele mitgebracht die ich heute präsentieren will wie dieses format läuft also grob noch mal gesagt ich stelle immer zehn video zehn spiele in einem video vor die natürlich kooperativ sind die verfügbar sein sollten auf der messe aber verfügbarkeit von kaufen also die möglichkeit ist zu kaufen bis hin zu dass man seit als demo spielen kann da habe ich auch einige beispiele hier mit drauf ich habe euch auch erhört ihr habt beim letzten mal gesagt dass es schön findet wenn ich auch spiele mit erwähnen die ich eher weniger empfehle und wo ich selber sagen das nehme ich nicht und warum ich das nicht nehme mache ich ich glaube an diesem video eigentlich haben wir das so nicht das sind alles ziele die ich ehrlich gesagt interessant finde und mir gerne angucken möchte ob ich mir die alle hole sehr wahrscheinlich nicht so viel zeit habe ich nicht beziehungsweise sind schon welche dabei die ich auch schon habe und das erklärt vielleicht auch weil es eine frage war die ich per mail bekommen habe wonach gehe ich das hier rausnehmen weil zum einen wie sie interessant findet dann auf der board game liste und auf dieser preview liste mache ich das jetzt einfach alphabetisch runter nicht nach den spielen sondern nach den verlagen so dass jetzt heute auch wir werden zum beispiel heute frosted games mit dabei haben fun board wenn wir dabei haben weil wir jetzt gerade bei f angekommen sind einfach nur um das so ein bisschen zu erklären ja okay legen wir los der erste titel the librarians adventure card game ich glaube es wird so ausgespielt ausgesprochen ja was das für ein spiel ich habe das schon bei der gencon vorgestellt gehabt ist ja hier sehr gut bewertet worden war auch ein kickstarter wenn ich mich nicht täusche aber wir müssen natürlich gucken wir haben nur 58 bewertungen es ist auch noch nicht raus es ist auch noch nicht ganz klar ob es in essen wirklich auch zu kaufen sein wird also auf der seite steht nichts und ich habe ja in den kommentaren hier wurde unter anderem explizit zu essen gefragt habe ich entnommen und das ist da gab es noch keine antwort aber hier mit der uk dass sie sich bemühen also kann klappen ja dass es dort sein wird was das für ein spiel für wen ist es interessant ich glaube das spiel ist interessant vor allem für leute die auch arkenhorror und der herr der ringe das kartenspiel mögen es wird nämlich öfter damit verglichen es hat auch parallelen wir haben zum beispiel die typischen zonen also eine neutrale zone und auf der anderen seite auch eine persönliche zone eine kampfzone das artwork ist sehr stark an der scheinbar serie nachempfunden also ich glaube das ist eine serie so wie es ja aussieht mit den schauspielern ist daher so ein bisschen ändert an diese legendary encounters ja wo er auch aus den filmen von diesen franchise sachen die ganzen sachen also die fotos sehen könnt das ist ja ähnlich gemacht das spiel ist aber kein deck bilder sondern der construction also wir bauen unser deck auf bevor wir spielen wie halt auch bei arkenhorror den kartenspiel und im kern hat man vier stats also vier verschiedene werte in denen man gut ist das kennt man ja auch aus den meisten anderen spielen hier ist es aber so wir haben auch wieder ein skill check system um halt fortschritt zu machen in diesem szenario basierten spiel und das machen wir aber mit würfeln also das ist schon mal ein unterschied zu arkenhorror im kartenspiel oder auch bei den herr der ringe wenn ich mich nicht ganz täusche obwohl das länger her dass ich das gespielt habe und insgesamt haben wir dann hier asymmetrische charaktere also die mit unterschiedlichen decken kommen und im laufe der kampagne der szenarien werdet ihr euch auch weiterentwickeln ja kartenspiele halt außen die mehr energie bezahlt also das konzept wie man es bei anderen spielen kennt das heißt wenn ihr das interessant findet also arkham horror und harry potter dann harry potter herr der ringe dann wäre das glaube ich ein interessanter titel für euch denn ist es auch ganz spannend nämlich dekorum da geht es darum ein cooles oder abgefahrenes thema wir wollen in einem haushalt und sollen gemeinsam das haus dekorieren so dieses bild hier gibt gleich einen ganz guten eindruck also wir haben dieses haus wir haben verschiedene deko elemente verschiedene stile mit lampen etc in vier farben und dann gibt es verschiedene szenarien als ein szenarien getriebenes spiel also was dann auch nach und nach komplexer wird und die regeln sich erweitern auch vor allem ist ein deduktionsspiel wir wohnen zusammen und wollen zusammen das haus dekorieren können aber wie das manchmal ja auch in beziehungen wohngemeinschaften ist nicht so direkt miteinander kommunizieren aber wir müssen trotzdem erahnen um streit zu verhindern was die anderen auch wollen und ziel ist dass alle am ende ihre ziele die sie am anfang gezogen haben durchgesetzt haben die ziele sind sachen wie nur warme farben oder ein bestimmtes deko element in bestimmten raum oder einer bestimmten etage also verschiedenste sachen die dort erwartet werden die ihr dann erreichen müsst das spielt über mehr runden ihr gibt euch dann noch hinweise im kern ist es so wenn ihr dran seid habt ihr drei aktionen nämlich ihr könnt ein neues element hinzufügen ihr könnt ein anderes element entfernen und ihr könnt ein element wenn ich das richtig verstanden habe durch ein anderes der gleichen farbe einer anderen farbe ersetzen das gleiche element durch eines einer anderen farbe ich glaube so was und das feedback was eure mitspieler euch geben können ist nur ob ihnen das gefällt oder ob ihnen das nicht gefällt oder ob sie gleichgültig ist das auch noch möglich aber viel mehr kann man nicht sagen da gibt es halt bestimmte punkte im spiel wo man dann halt sich gegenseitig auch mal die vorlieben vorlesen kann um das dann sozusagen das endgame was getriggert wird und wenn ihr seid aber besonders gut es wird über diese herzen gesteuert seid besonders gut wenn ihr es natürlich auch vorher schafft genau ja also ein spiel für freunde von deduktionsspielen ja ich finde es ganz interessant ist bisher nur auf englisch angekündigt dort also ich könnte mir halt eigentlich ganz gut bei asmodee auch vorstellen habe aber da keine weiteren informationen gefunden kostet 45 dollar soll es auf der messe kosten und zwei bis vier spieler ist die spielerzahl dort angegeben genau so dann haben wir noch dumm 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 kites als nächstes ja kites es geht halt um dieser ich sag jetzt mal drachen im ist obwohl das schon blasphemisch ist für leute die sich mit kites beschäftigen als einfach drachen das ist ein echtzeitspiel ihr habt in diesem spiel verschiedene sand uhren gucken wir mal ob wir hier ein schönes foto dafür finden genau so ihr habt verschiedene sand uhren und am anfang des spiels ist es so jeder spieler erhält insgesamt vier karten auf seiner hand und ihr startet die weiße sanduhr die ich jetzt hier gar nicht so sehr das muss noch eine weiße sanduhr geben so und dann spielt ihr karten und je nachdem welche symbole auf den karten abgebildet sind werden diese sand uhren dann gestartet was bedeutet wenn diese symbol erneut von einem anderen spieler gespielt werden dann wird die sanduhr umgedreht ihr müsst verhindern dass zu irgendeinem zeitpunkt eine dieser sand uhren stehen bleibt das heißt da muss doch schon mal darauf achten was natürlich vor allem stress ist und euer ziel ist es den deckstapel durchzuspielen bevor halt eine der sanduhr abgelaufen ist wenn ihr die letzte karte aufgenommen habt dann darf man die weiße das auch mit der man anfängt sozusagen haben nicht mehr drehen also absprache wichtig viel stress also für leute die so eine stressigen spiele mögen wie zum beispiel auch in den viereinhalb minuten für die kann das ein sehr interessanter titel sein sprachneutral ihr seht nichts weiter drauf kommt auf jeden fall auf englisch das ist ein spiel das werde ich mir auf jeden fall holen weil ich mag so eine spiele und weiß dass so eine spiele immer gut ankommt gerade meine frau die mag so was auch five minute dann schon zum beispiel nach wie vor ein sehr beliebtes spiel bei uns und deshalb wird das auf jeden fall eingesackt ja ein titel zudem leider nicht so viel informationen dazu sind und auch der frech verlag ist für mich was ganz neues nämlich schuldig vollgas davon gibt es drei teile oder drei verschiedene spiele kommt hier eigentlich zusammen und reiht sich ein bisschen in diese krimi spiele ein von dem wir sehr viele haben interessant finde ich hier sie sagen es gibt keine würfelwürfe es gibt keine figuren keine karten die gespielt werden ich bin gespannt wie es funktioniert ist es dann so wie bei den adventure time wo man einfach nur so allgemeines material hat und die detective arbeitet in dem fall hier bei vollgas spielen wir anwälte und wir müssen entscheiden ob jemand angeklagt wird oder jemand nicht angeklagt oder verteidigt werden sollte klingt für mich sehr interessant ich hätte es gerne euch noch näher vorgestellt ich habe den verlag noch mal angefragt mehr informationen auch gerne ein rätsel exemplar habe aber da noch keine rückmeldung bisher bekommen aber falls noch was kommt vor der messe dann würde ich euch das zeigen gut genau hier haben wir uns end und ich kann das hier sehr empfehlen wenn ihr euch für eons and legacy interessiert so wie ich gibt es ja eine schöne rezensionen oder überblick kann man sagen von dem guten herrn ist schon ein bisschen älter das spiel ist auch ein bisschen älter aber ihr könnt es euch jetzt auf deutsch holen das ist natürlich in der welt von eons end das heißt wenn ihr eons end mögt das sagt er ja auch werdet ihr das spiel mögen wir haben jetzt ein legacy spiel das heißt wir haben eine kampagne und mit legacy elementen und vor allem sagt er was ich ganz interessant finde was glaube ich auch eine frage ist für viele weil von eons end hat man sicherlich schon gehört und die meisten sich denke ich ja haben davon gehört die sich ein bisschen mit brettspielen beschäftigen und das ist ein sehr interessanter deck bilder ist mit dieser spannenden mechanik dass ihr ja euer deck den verbrauchten karten nicht nicht sondern es wichtig ist in welcher reihenfolge die karten spielt nämlich danach dreht ihr das deck einfach um und es wird nicht neu gemischt wie es bei anderen deck building spielen ist und das wirklich cool gemacht weil das sehr interessante taktische komponente mit rein es gibt weiß es gibt leute die mögen das nicht ich finde das sehr taktisch wesentlich taktischer als ja zufällig mein deck zu mischen obwohl da natürlich auch wichtig ist was für karten ich in das deck aufnehmen natürlich ja aber das finde ich grundsätzlich bietet halt schon mehr und wenn ihr das mögt wird euch das hier auch gefallen sagt er da bin ich mir auch sehr sicher deshalb ich werde es mir auch holen weil ich eons end wirklich gerne spiele und was ich interessant finde ist hier das gesagt wird er wird geht darauf ein ob man das mag ob es ein guter einstiegspunkt ist finde ich jetzt gerade gar nicht genau entry point um in das spiel reinzukommen da sagt er ja weil man fängt ein bisschen entschlackter an ich will nicht sagen dass er uns end zu komplex ist das glaube ich nicht aber es bietet noch einen leichteren sanfteren einstieg deshalb vielleicht für euch die möglichkeit bei uns end einzusteigen mit dem legacy spielen bei frosted games auch bei frosted games earthborn rangers ja auch ein spiel was eigentlich bei kickstarter lief vor allem aber auch damit geworben hat dass sie sich bemühen darum möglichst umwelt neutral oder sauber zu produzieren mit einer produktion dann halt auch in europa was eines der stretch goals war frosted games hat sich dem angenommen wir sind in so einem tal und spielen diese ranger und so viel mehr von der story weiß ich noch gar nicht weiß auch nicht wissen will es gab die möglichkeit dass im bei der berlin con anzuspielen und ihr habt auch hier jetzt die möglichkeit in essen dieses spiel als demo anzuspielen genau also dann bei frosted games vorbeischauen und sich das angucken deck construction also auch in diese richtung wie in einem arkham horror das kartenspiel und für so eine spiele bin ich immer zu haben und sagt auch diese ganze idee dahinter finde ich klasse richtig gespannt ist eines meiner highlights es wird es aber soweit ich das jetzt gelesen habe nicht zu spiel schaffen sondern danach und sie hoffen dass es bis zum ende des jahres dann ausgeliefert wird nämlich frost punk the board game das computerspiel frost punk super beliebt spielen sehr viele leute spielt in so einer post apokalyptischen welt man es ist halt mega kalt und um so einen reaktor drumherum sammeln sich jetzt die menschen an und es bildet sich eigentlich wieder so eine neue gesellschaft und in gesellschaftsform und wir sind dort die handelnden leute und das spiel ist geprägt vor allem dadurch durch moralisch schwierige entscheidungen wie kinderarbeit oder was machen wir mit kranken und verletzten also so in so die sowieso schon in der normalen welt kritische moralische fragen sind aber an so einer not situation natürlich noch spannender sind und das ist auch das wovon this war of mine gelebt hat und wenn ich mich nicht täusche ist das nämlich auch der gleiche computerspiel entwickler gewesen der diese beiden spiele gemacht hat und hier haben wir auch einen ganz bekannten entwickler der unter anderem auch nemesis entwickelt hat ein polnischer entwickler mit viel erfahrung deshalb ich bin sehr 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 gespannt darauf habe bei kickstarter den all in damals gebackt frosted games hat es entwickelt also auf deutsch sozusagen lokalisiert und der vertrieb läuft über pegasus deshalb findet hier unten auf dem bild auch pegasus das pegasus symbol mit drauf ja bin ich mega gespannt habe ich aber schon bestellt das heißt ich werde es mir höchstens noch mal dort angucken bisschen mit ben und matthias quatschen aber ja wenn euch das spiel interessiert guckt auf jeden fall dort vorbei also auf jeden fall wenn ihr seht wo auf mein mögt und ich glaube wird immer wieder gesagt es hat so robinson crusoe parallel das kann ich nicht so wirklich sagen aber da ich robinson crusoe auch mag sehr gerne bin ich da auch mit dabei ja jetzt kommen zwei titel die ich auch schon vorgestellt habe bei mir auf dem kanal nämlich in dieser woche auf der einen seite muse renaissance das ist ein spiel was für euch interessant ist wenn ihr deduktions spiel auch mögt im stil von beratti dixit oder einem mysterium ihr habt wunderschöne grafikkarten wie es von dixit und mysterium kennt das ist ja so ein bisschen um von manchen den kritikpunkt von der grafik bei beratti obwohl ich das nicht so sehe aber sagen manche hat und das spielkonzept ist sehr einfach nämlich ihr zieht am anfang eine dieser karten aber verdeckt liegt sie erstmal bei seite und dann zieht ihr eine weitere karte und auf der stehen bestimmte befehle zwei stück davon und davon müsst ihr eine wählen da steht dann zum beispiel drauf name a non-fictional animal ok oder nenne eine website oder was auch immer so für eine von beiden karten müssen entscheiden und dann euren mitspielern auch mitteilen welche karte ihr dort gewählt habt dann dürft ihr euch erst eure karte angucken und müsst auch ein wort jetzt geben wir es von anderen spielen auch deduktionsspielen kennt nämlich entweder das muss ein wort aus dem duden sein oder ein logisches zusammengesetztes substantiv etc was aber jetzt mit der karte zu tun hat die ihr gezogen hat also wenn ihr gesagt habt ein nicht fiktionales tier dann müsst ihr jetzt eins in diesem zusammenhang mit nennen und dann zieht ihr weitere karten fünf stück und habt dann insgesamt sechs halt dieser tarot karten möchte durch legt die hin und die anderen spieler müssen raten welches ist im kooperativen spiel ist es so ihr gewinnt wenn ihr fünf davon richtig erraten habt verliert wenn er drei falsch geraten habt mehr details wie gesagt seht ihr bei mir im video aber wenn euch das jetzt erstmal angesprochen hat und das für euch interessant ist und es ist vor allem ein spiel welches sich deutlich kürzer spielt als ein mysterium ja dann schaut vorbei dann ist das interessant für euch ist glaube ich mit 20 euro gelistet bei funbot genau funbot gehört ganzen kolomberat rund um die spielschmiede also dort bei der spieloffensive spielschmiede werdet ihr sie dann in essen finden ähnlicher fall für wirre worte wirre worte ist die woche erschienen auch von funbot nicht über den crowdfunding bereich sondern ist direkt rausgebracht worden das ist ein spiel für euch wenn ihr auch deduktionsspiele mögt auch vor allem sprachliche deduktionsspiele unter echtzeitstress obwohl man die uhr auch weglassen kann vor allem am anfang vielleicht sogar ganz ratsam ihr legt einfach eine begriffe schon eine reihe von zahlen aus von 1 bis 10 am anfang sind aber nur 1 bis 7 freigeschaltet legt auf die linke seite adjektiv auf die rechte seite substantive dann ist einer der erklärer der zieht zahlenkarten wo dann zum beispiel die 2 und die 7 abgebildet sind dann müsst ihr euch entscheiden ob er das zweite adjektiv mit dem siebten substantiv verbindet oder umgekehrt das siebte adjektiv mit dem zweiten substantiv und dann müsst ihr diese wörter halt mit einem wort auch wieder mit den typischen regeln erklärt ja und die anderen haben dann eine minute eine minute zeit das zu erraten und das ist die große herausforderung die sie hier gewährleisten müssen und wenn ihr besser seid schaltet ihr die nächste stufe frei wenn ihr schlechter zeit geht runter falls ihr irgendwann unter stufe drei habt ihr verloren falte oder werdet ihr stärker als seid ihr bei zehn angekommen habt ihr so eine finalrunde die ihr noch machen könnt oder wenn ihr einfach 22 karten überlebt in anführungszeichen dann ist das spiel vorbei und er gewonnen ja also da könnt ihr dann noch mal reingucken in meinem video wenn euch das insgesamt als interessant erscheint ja und zuletzt noch ein kleines kinderspiel eine kleine nachmeldung nämlich pango jump das hat mich mein sohn gesehen also das ist ja cool dass wir da gerne spielen ja es ab vier plus also ja was für die leute auch die väter und mütter unter euch die kinder haben oder halt irgendwie enkel keine ahnung und beschenken wollt klingt für mich einfach ganz witzig also ihr versucht hier von eisscholle zu eisscholle zu springen und über den see halt zu kommen und so viel wie möglich von unseren freunden den kleinen pinguinen zu retten kommt in einem multi language edition hier von blue orange und genau deshalb das ist auch ein spiel was ich mir sehr wahrscheinlich holen werde für den sohnemann und dann bestimmt auch auf den kanal vorstelle gut keine ahnung wie lang es jetzt insgesamt wieder gewonnen ist mein ziel war es ja ein bis zwei minuten pro spiel bin ich bestimmt in summe wieder ein bisschen länger geblieben bei manchen titeln aber ich hoffe das format gefällt euch nächste woche gibt es die nächste folge mit den nächsten zehn spielen mal gucken ob wir am ende alle schaffen es sind über 130 die ich jetzt auf meiner liste habe ich sortiere da schon ein bisschen aus für euch ist krass ist wirklich krass was dort kommt und da sind viele demos noch nicht dabei schreibt gerne in die kommentare was sie über die titel denkt schreibt auch gerne über andere titel die ihr spannend findet über die ich gerne was sagen soll ich wünsche euch eine schöne zeit bis zum nächsten mal